Sehr viel Furore in der Liga, wahrscheinlich linienmässig das Beste, was man zur Zeit auf Schweizer Eis sehen kann. Start zu diesem Spiel, die Bieler wie gehabt zu Beginn von rechts nach links. Drei gegen zwei Variante hier zwischen Schröder, sehr gut gemacht und das 1 zu 0. Durch Wetter hier, zweiter Saisontreffer. Schröder, der die Scheibe reinbringt. Und dann die Bieler Verteidigung, nicht gut postiert hier. Oh, da wird einer vergessen, Moy, der schießt das 2 zu 0. Hier Schröder, dann Wetter, der sofort zur Mitte passt und Moy, wirklich komplett frei, wird total vergessen, sehen wir hier. Sateri, keine Chance, aber auch fein gemacht. Künzle, schön in den Lauf gelegt und Gunti mit dem Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Künzle, künzle dann hier auf den mitgelaufenen Damian Brunner und der sieht noch wie Gunti am linken Flügel freisteht. Keine Chance für Mayer. Dann der Fehler hinten, Löw, der hier im entscheidenden Moment umfällt und dünner mit der Möbel. Hier erwischt, geht raus, keine Strafe allerdings angezeigt. Spiel läuft weiter und dann folgt ihr das 3 zu 1 durch Yannick Lennart-Albrecht. Dann ein kleines Durcheinander in der Bieler Verteidigung, aber sicher auch, weil Ratgeb rausging, Jakovenko und Löw, die die Positionen hier nicht verteilt haben. Zum vierten Treffer für die Lakers. Teilweise neues Personal auf dem Eis. Gut an die blaue Linie auf Löw gespielt, an der Abpraller bei Mayer zweimal, die Scheibe noch frei, das Spiel läuft weiter, jetzt ist es unterbrochen. Auf Czerwenka, aber die Rapperswiller können sich lösen und Albrecht mit der nächsten Möglichkeit hier zum 4 zu 1. Nach einem Treffer, den sie gleich zu Beginn in der ersten Minute erhalten haben. Jetzt die Möglichkeit, Rayala zum 2 zu 3. Ja, so eine Möglichkeit lässt sich da mein Toni Rayala nicht in den zweiten Drittel. Gefährliches Spiel von Olofsson hier, Moy, stiehlt ihm die Scheibe. Moy legt zurück und was für ein Treffer von... Biel zunächst im Vorwärtsgang und diesen Treffer muss Olofsson auf seine Kappe nehmen, denn er macht hier ein gefährliches Spiel. 1 gegen 1 auf der offensiven blauen Linie, das war die Ausgangslage für diesen Gegentreffer. Und Moy dann mit der Übersicht Norode aufschliesst und hier den neuerlichen 2-Tore-Vorsprung herausschiebt. An hier Ratge mit der Möglichkeit zum 3 zu 4. Gleich wieder zu Beginn des Drittels, aber diesmal auf der anderen Seite. 35 Sekunden, Profigo mit dem Fehlzuspiel, Ratge profitiert, fackelt nicht lange und erwischt hier. Robin Meyer flach, 5-hole, deshalb Meyer... Brüschweiler... Dann der Steal von Kessler und der Ausgleich ist Tatsache. Jussep mit dem Fehler, Kessler profitiert davon. Contropied gegen Robin Meyer, da kann er nicht allzu viel tun, dann wird auch noch die Scheibe abgelenkt. Dann fällt sogar das 5 zu 4, Fabio Hofer hier mit dem Treffen. Sie wurde Cash bezahlt, Hofer mit dem Schuss. Dann Fabian Meyer vorbei. Damit bringt sich hier auch die H2O-Linie der Bieler aufs Resultatblatt. Und dann ist dieses Spiel zu Ende. Und damit 10. Erfolg, voll Erfolg für die...